Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich mal so einen Ring drechseln. Einen habe ich schon fertig und jetzt will ich mal den zweiten machen. Ich habe einen Ring drechseln, und dann muss ich mal den Ring drehen. Ich habe nügendwo gesehen, dass ich das Ding drehe, werde ich mehr. Ich habe einen Ring drehen und ich nehme den Ring drehe, 17 und ich brauche 19 17 und ich brauche 19 2,8 ,8 Vielen Dank. Der Schmuck mit einem Fischreien Das ist ein Schmuck mit einem Schmuck. Ich habe die Schmuck mit einem 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 Schmuck. So, das war's mal wieder. Fertig ist der Ring. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.